Herzlich Willkommen zum Dislike der Woche, zum Dislike der Osterwoche. Mein Dislike in dieser Woche ist, dass pünktlich zum Ostermontag der Bundesverteidigungsminister verkündet, dass er Kampfdrohnen für die Bundeswehr anschaffen will. Das ist aus meiner Sicht ethisch nicht vertretbar, zumindest brauchen wir eine ausführliche Diskussion zuvor in Deutschland und es sind auch Kosten, die wir uns einfach nicht leisten müssen. Das ist mein Dislike der Woche. Ich bin gespannt auf eure Kommentare bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter.